Hi Freunde, Kaniko hier. Ich wollte euch nur gerade sagen, dass ich mir einen Instagram-Account gemacht habe, schon vor längerer Zeit. Den habe ich aber nie offiziell angekündigt oder so. Da könnt ihr mir gerne folgen, wenn ihr wollt. Ich habe schon ein paar Bilder hochgeladen und werde da in nächster Zeit immer wieder ein paar Bilder hochladen. Hier seht ihr schon ein paar. Würde mich freuen, wenn ihr mir folgt. Bin mal gespannt, wie viele Follower ich nach dem Video hier haben werde. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann und ciao. Bis dann.